Hallo und willkommen zu meinem nächsten Video und somit zum fünften Türschirm im Pokémon Adventskalender. Und ja, ihr könnt natürlich gerne auch wieder ein Like da lassen und gerne reinschreiben, was in eurem Türschirm heute drin war. Wir öffnen Nummer 5, schauen was drin ist und hoffen auf was Cooles. Es wird, das ist immer so bescheuert, oh, kaputt gemacht, ein Booster Pack. Oh, strahlende Sterne. Dann heißt es, wir dürfen natürlich zwei Booster Packs öffnen und zwar habe ich entschieden hier Karsin und Purpur Paradox Rift zu öffnen. Wir machen aber das erstmal aus dem Kalender. Dann unser Bonus Booster Pack, wie ihr es schon von den anderen Tagen kennt. Und wenn ihr sie noch nicht angeguckt habt, dann checkt die doch gerne auch ab die Videos, falls ihr da Bock habt und wissen wollt, was uns hier erwartet. Hier müssen wir noch den Kartentrick machen und haben natürlich die Elektroenergie vorne. Dann Vibrava, Walgürtel, Bojolin, Nasknit, Schnäppke, Pupanze, Picochilla, Pamphlam, Pocosan und Kavalunza. Das ist natürlich eine Karte, die ich sehr wahrscheinlich schon habe, aber Hauptsache ein Hit aus dem Kalender. Dann dieses Booster Pack hier. Das zusätzliche, was wir immer öffnen. Hier muss ich nicht mit dem Code aufpassen, da muss ich keinen Kartentrick machen. Hier wird nichts gespoilert und die Energie ist ja hier. Pflanzenenergie. Und dann haben wir Grammokles, Seeper, Whatsapp, Natu, dann Energiekapsel aus der Vergangenheit, Schlurm, Professor Futures Szenario, das Grillmark als Reverse, ein Sensix als Reverse und ein Vulcanion Holo. So, naja, das war es dann auch schon wieder von diesem kleinen Opening von heute und dann sehen wir uns hoffentlich auch im nächsten Türchen wieder. Und damit ciao, ciao, bye, bye und bis zum nächsten Mal.